so weiter geht es hier stehen und wir müssen suchen hier hochzukommen ja so nicht gerade aber egal und hoch genau hier stehen ging ich muss vertraut die ganze sache hier nicht dass okay 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 so Oh, ich bin gerade ein Katt. Oh, ey, komm. Oh, komm. So, gespeichert. Gibt es hier noch was? Ein Creeper. Irgendwo ist ein Creeper. Alter, Schwede. Was macht die Spindel da? Oh, muss ich wieder alles neu machen? Was macht die Spindel? Nein! Toll, ich habe das verloren. Nee, hier gibt es nicht. Oh, Gott. Ich vertraue hier alles nicht. Ein Creeper! Nein! What the fuck? Ein Creeper? Ja, der Zon war ja vorhin ein Zombie gewesen. Ja, ja. Aber what the fuck? Ein Creeper? Und den konnte ich nicht mal hinten? Was? Was soll ich den besiegen hier? Oder besser gesagt, wie soll ich den ausweichen? Ja. Hm? Gibt es doch einen Weg oder so was? Gibt es doch irgendwas, was ich gerade übersehe, aber nicht. Gibt es doch irgendwas, was ich gerade übersehe, aber nicht. Weil rüber schwingen kann ich nicht. sehr nett gemacht oh wir sind in die neue welt gekommen wunderbar so einfach momentan da kraft gespiegelt oh mein gott yu-gi-oh das spiel so krank das hat mega welt mit yu-gi-oh zu tun oh man krank ich möchte nicht mehr es ist gerade der zweite part und ich drehe durch so so ok ok alter wie soll ich denn bitte ist das speicherpunkt ein fake ist das speicherpunkt ist ein lieb ganz einfach noch ist es ist eigentlich noch recht einfach aber ich meine worte faktisch hier macht das spiegel zu dem wasser ist und naja aber ich möchte schon speichern sonst gibt es hier da kein speicherpunkt ja 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 ist klar ist klar ist klar was zum ich möchte nur zum speicherpunkt ist das zu viel verlangt d alter schwede da 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 es macht borg es macht wirklich mehr bock als ich wollen wie sie galt zu spielen aber ich will zunächst ein speicherpunkt möchte ich in jedem speicherpunkt wenigstens einfach kommen ich möchte speichern auch so einfach ich war da drauf gewesen so die so wunderbar einfach eine wiese geil sprung ist klar junge ist klar was fack a gott Was ist das denn? Gut, ähm... Was zum Geier war das denn? Was ist das denn? Holy shit, äh... Oh, I got into heaven, yeah Aber auch nice gemacht, das als Falle hinzustellen, ey Na gut Wenn hier unten ist der Speicherpunkt komme, dann ist es in Ordnung Ich muss aber schon sagen, ich bin weit gekommen So, und man sieht sich demnächst wieder hier Bis dahin Wenn in Ordnung da ist das Problem Dann wäre es so, wenn ich mich erwarte hier